da muss man gucken also ich würde gerne die meine alle meine rennen bringen hier auf meinem kanal wird immer so halt immer das sieht was ich tue nach genau und wie soll ich nicht jedes zweite mal da fest ich springe gefühlt immer gleich ich bin schon wirklich zwei folgen hier dran so grob geschätzt ja möchtest du mal ob ich möchte ich kann es versuchen du kommst ganz mal rüberkommen versuchen machen wir da ins beide oder irgendwie so ich weiß es nicht mein gott es sieht anders aus schön schön die seite ist komplett anders als das das ist scheiße auf der seite sehr geehrte merkel die ok das geht es hier anguckt dass das muss ich ja es geht nicht das ging bei mir 10.000 weil es geht darum lieber den sprung ich habe versucht den an die sprung an die leiter ohne sprinten zu machen will eigentlich nicht schon wieder hier ist so ja dann wieder eine decke geknallt er hat noch drei also ich habe ein hoher das wird von einer hohen Ecke Pro so fort was er hat das sei aber ich muss einmal rüberkommen nicht und sie ist die Felser hinten eigentlich nur noch drunter die Bicke also sie aktiviert haben ja von mir aus das ja das geht ja dann trotzdem aber wir haben nur noch hier die ganzen acht aufgaben ist wie machen wir einfach mal zusammen damit bin ich hier doch zehn jahre hängen schöner musst du es rückwärts ranz ja ich weiß ich habe es gerade dann hoch und dann ja okay da habe ich doch den nächsten spruch verschissen wie kann man die kanzler verpacken rechten spruch ich habe nicht behauptet dass sie so einfach sind ja ich auch nicht das ist das war das war das das ist das war die Brücke und das war ein weiterer Tod aber das ist die Hälfte an einem im Endeffekt genau weiter habe ich so schnell immer wieder an der gleiche Stelle runter zu fahren oder die Sterne? gesprinntig schön ne? ja das wunderschön glaube ich auch da habe ich nur 50 meiner Tode das nur 50 deiner Tode ungefähr schätzungsweise minus 100 wer steht wenn es ein Death-Counter-Gamer? einfach nur just for fun einfach nur just for fun du bist das große Ganze einfach Alter den ersten 3er-Sprung darfst du nicht zu spät losspringen sonst packst du den nicht weil du oben an die Kante kommst weil du machst einen 3er-Sprung musst dann einen 4er-Sprung schaffen Alter das ist Kacke Kacke und jetzt mach ich selber Kacke Hängen 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 Sieht zu geil aus die du einfach nur auf der Kante sprichst ja lass dich das ist das Rad zu nein und schau ach nein Dreh ich den nächsten Finder vergeilt oooh doch wieder gegen geknallt ja dieser Leiter-Sprung also da muss ich ganz ehrlich zugeben der ist hart assi mit dem Block da drüber einfach weil du jedes Mal gefühlt einiges ach scheiß ich bin schon wieder zu weit gesprungen da war der Time Set Time warte ich schon mal ah ok du machst das statt Day hab ich Deck geschrieben warum auch Day ich mach mal ein Night so die Night mach du zuerst nicht brauchen bitte ist gut ja also jetzt hab ich es ich wollte jetzt einfach ausprobieren das reizte irgendwie natürlich reizte ich klasse den Pro den Vortritt ja nicht zu spät springen in der Sprung die musst du früh springen nein ja wenn ich sprinte dann hilft das hab ich gehört und ich hab glaube ich leichte Latenz weißt das Latenz ist eine ich fill nicht weiß ich noch mal probieren ob man das hinkriegt ne war so schön hätte so schön sein können auch hätte so schön sein können also irgendwas ist gerade nicht ganz richtig falsch an so gefühlten jahrtausend nach allem anderen ja mein computer sagt sich irgendwann ein junger war schon so oft die gleichen chance generiert der stimme als wenn du mein kopf irgendwas aufbaust geschafft und er hat jetzt kommen müssen du kommt zu mir baby kommt zu mir ich kriege einfach nur sieht dass du oben gegen geknallt ist ja ich weiß ja okay ich gebe zu deinerseits ist eindeutig schwerer ja danke danke für die bestätigung mit so und die ganze kacke noch mal auf den fernberg und er ist doch schwerer als die ganze ich habe die kacke gehabt ja dann kommt noch das dazu ich gerade er steckt ihn jetzt jump and run part oh nein wo warst du ich habe einen großen fehler gemacht ich habe einen ganz großen fehler gemacht ich habe heute meine fackeln geplettet ich habe so viel steht das ich habe ganz einfach fürchtet mir passiert es irgendwann weißt du oh nein die ist so Kilometer von jeglicher Zivilisation entfällt wo ist sie die warte warte nein kann ich sie aufsammeln wo ist sie sie ist weg vielleicht kriege ich sie noch ich glaube sie ist weg sie ist weg weg und Jan ist ohne Licht und allein allein dann gibt die ne Pakete nein ich hab nicht gesehen ja ich gebe jetzt auch eine Wacke in den zu ich bin eine Torch ich habe jetzt schon eine Edge ich hab zwei wieso hab ich jetzt zwei ich glaub das war ich gib die mal her mir reicht leider ich hab immer noch einen Knopf kann ich dir nicht irgendwann die Wand passen wenn das funktioniert ich glaube nicht der Knopf ist mit Absicht das ist ein Abkürzungsknopf hier kannst du an Blöcke setzen mit einer gewissen Farbe dann wussten wir doch nicht haben wir überlesen oder so weil wir am Anfang alles richtig durchgelesen haben weil es so schnell ging, weißt du? ja das kann sein ne ich glaube nicht ich auch nicht das sollte man glaube ich nicht haben meine Güte ich guck jetzt gucke ich wenigstens aufs Schloss währenddem ich das mache hier ich hab noch nach unten geguckt da ist nichts besonderes hey, Jan, was ist los? ich weiß nicht, gerade ist irgendwie Luft raus ich hab grad so tief die Luft ist raus ach, ey, sag an es tut mir auch für die Zuschauer einfach leid, weißt du? die sehen einfach nicht so gut aus ja, ich glaub ich werd äh am Ende der Folge vielleicht wo wir ja anfangen schreiben so Leute in Folge 10 geht es weiter die folgen ist nur kacke tut euch das nicht zwangsäufig an wir labern zwar über schönen Content folgen ähm nein, und ich mach's wieder bei dem ersten Dreiersprung nicht zu lange nicht zu weit laufen nein, ich hab den Dreier geschafft und da bei Vira einfach nicht gesprungen ehrerlich das ist bitter und dann fällst du aus der Welt? ach, stimmt, Vira, dann fällst du aus der Welt, wenn du das einmal weiterlässt ja wobei, nee, du fällst ihn nur aus der Welt, wenn du ihn übrigens so knapp verpasst so, einfach durchgesprintet hm hm hm, das ist schick huch aber ich war übrigens gerade auf dem Stein ich glaub ich guck mal da runter nochmal ja hier ist wirklich nichts hier ist wirklich nichts und steh ich hier allein auf meinem kleinen Stein so wunderbar mit ner Fackel ja, meine Fackel du Assi ich muss da noch was drauf ha, ha, ha es hat funktioniert ganz funktioniert puh die Fackel hole ich mir wieder ich erschieße mir keine Fackel wenn sie da noch liegt, aber du hast sie aufgebaut, oder? nein, die hängt an der Wand die hängt an der Wand ich hab sie an die Wand geplant geplant so stehe ich hier allein mit meinem kleinen Schein tschau du musst zugeben, dass war gar nicht schlecht also, ey in der Zeit hat er es bestimmt geschafft jetzt ist die Luft raus oh man oh man ich glaub ich hab wirklich langsam Handkrämpfe, ne? ja, so langsam ah, Konzentration, Jan Konzentration weißt du, wir das schaffen, ohne die Maus einfach zu bewegen? dann lauf ich jetzt nur noch ey, ganz ehrlich, ich hatte ja jetzt ne Woche Pause so vom Zocken wegen Urlaub und so, ne? und dann als ich, als wir dann die Leute gespielt haben diese 5, 6 Games nehmen da hab ich schon so gemerkt, dass es so das ist bestimmte Seelen in meiner Hand beansprucht werden oh Jan, oh Jan, oh Jan ob Jan das kann? oh, Orchen oh, diese scheiß Stelle wie ich einfach den Grasblock einvisiert hab und du einfach unter diesem Grasblock herfällst ich sprich doch oh mein Gott oh mein Gott ok warum nochmal bin ich auf deiner Seite? weil ich es nicht schaffe, genauso wenn ich wie du es nicht schaffe soll ich mal auf deine gehen und deine kurz durchlaufen? bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist? mit all Challenges, die du hast? ja, machen nein nein oh man nein nein das ist, das ist so ein Teufelskreis in dem Moment, wo ich da runterfalle und zum Gleitersprung machen muss denke ich nicht daran, dass es nicht so schlimm ist ja, 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 genau ja, genau das ist Teufelskreislauf das ist Teufelskreislauf in dem Moment, wo ich da runterfalle, ist einfach ganz einfach hat der Deathcounter eigentlich eine Grenze, falls man eine eingeführt hätte? oh, das ist ja ja, genau ich sprinte eigentlich ich springe einfach nicht ich glaube nicht ich glaube nicht es ist eigentlich ganz gut für die Zuschauer, weil sonst wäre jetzt langsam der Bildschirm voll die Zuschauer können ja die fleißigen Zuschauer, die alle folgen gucken, können ja gerne aufschreiben, wer wie häufig gestorben ist das ist ganz witzig, glaube ich ja, genau, das wäre super witzig finde ich auch und nein, ich habe die vierer nicht geschafft da ich bleibe noch mal fünf Folgen stehen, damit du aufholen kannst ich glaube nicht, dass es jemand macht das will ich selber nicht mehr tun allein, weil es zu frustriert werden zu kommen hoch hart ich bin mal wieder da so wunderbar ich weiß nicht, muss ich früh springen? NEIN! oh mann ich habe den dreiersprung schon geschafft den zweiten aber ich glaube ich weiß, dass ich richtig springen muss jetzt wird es gut jetzt geht es runter ramba, jamba nein na Jan, wie gefällt es dir auf der rechten Seite? ich wünsche mir die letzten zwei ich möchte mir eine links jetzt kommt bei mir Resignation und der ganze Kram nein! ja genau, das ist schön, ne? ach, das war nach Zeiten vier Folgen, als ich das erste Mal hier war und angefangen habe zu resignieren jetzt ist es einfach nur noch Schadenfreude bei meiner eigenen Kompetenz ja ja das ist so unglaublich hatte mein Spaß gehabt ey ich sehe nichts und ich kann es nicht nachvollziehen, dass ich sterbe ja, oh, ich bin am Leitersprung da muss ich eigentlich auf die andere Seite um zu gucken fick dich, nein mach mich nervös NEIN! ich bleibe vor einer Leiter kleben so ne Pisse ja, das habe ich jetzt alles nochmal jetzt ist easy, jetzt ist easy ich werde da drüber bleiben ich mach das jetzt nächster mache ich so und so und so mache ich den so, den so, den so, den so den so